Ja, keine Ahnung, das Jungs für heute sind so 7 Stunden um den Motorrad gefahren, Junge, und ich glaube durch die Kupplungshilfe und so kommt das gerade. Oh, wir haben Boys, wir haben Boys, wir haben Boys, wir haben Boys. Was haben wir? Ja, ja, bei mir im Haus. Gegner. Mage low. Mhm, bei dir, ja. Äh, und ein Engineer noch drin. Komm zu dir hoch. Und die eben im Haus, oder was? Engine, äh, Mage unten. Mage down. Schön. Hat 500, das ist ein Chicken. Ja, stimmt, Mann, danke. Ja, ich ruf mich da. Ich hab mich schon mal wieder ein Chicken geklaut. Ich auch. So, das waren zwei. Wir müssen auch ein paar nachher rumpimmeln. Ich hab, wir haben einen, das waren drei jetzt. Ach, drei? Ja. Ich hab, äh, mit Peter noch nicht festgemacht. Ja. Lappen. Ach, ich bin so ein Lappen, ich hätt mich erstmal heilen sollen mit meinem Chicken. Nein. Wurde gelootet. Das, ja, das war ich hier, oder? Ne, ne, hier. Im Feld, im Feld, Peter. In der Schmiede auch. Ohne Schmiede auch. Ja. Und hinterm Busch. Zwei im Feld. Keiner in der Schmiede mindestens. Ich hab, ich hab gar keinen... Na, ich geh mal mit rein. Ne. Hit, hit im Feld, Peter. 600, noch mal. Vielleicht hinterm Busch. Wenn du so parallel hast, dann los. ной. Bis dann. Der Flutzleben, faktisch. Hier im Feld sind ultra Lit teilweise. Ja. Ja. In der Schmiede sehe ich keinen. Hi, Jungs bin auch Chicken. Die linke Seite von der Schmiede. Einer Chicken. Wer 2 ist auf derselben Position wie das Chicken. Hab ihn, hab ihn. Ja. waren das alle ich denke oder ich habe auch jetzt weißes lachs weißes lachs sind hier das reicht immer noch nicht ein bisschen ich bin fertig ob jetzt auch gleich haben muss oder wahrscheinlich die börspreise damit ich auch eine long range habe meine waffe ist nicht so gut lange ich kann ja noch 15 ja ist alles gelootet ich brauche noch 5 chars exakt warte ich mach's so rum ich risk the biscuit alter hat jemand von euch irgendwas zum heilen ich hatte ich dropp noch 2 bis zum strinken ach so doch 2 4 habe ich sorry ich hab 4 1 ja ich dropp mal hier hier noch 2 st peter nimm dir noch einen rüstungsdump hier schmiede also purple crossbow gibt es gleich würde ich taken brauche ich dich peter hier ist der da ist er spotting peter ich brauche noch die granadeteorie muss mal grad hier probieren hier sind wir ne jetzt bin ich alles klar ok weiß ich ungefähr wie 10 sekunden bin ich hinter euch ähm ich guck trotzdem noch mal kurz ob da oben ist haben wir noch was zum heilen ich hab noch 2 hier tränke ach so ja ich hab auch noch muss man reingeben ähm bist du hinter mir? ja hör mal ich glaub sie die so 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 close dann wovon wir gucken ob gelooted ist oder weiter? weiter ja die 1-Bell ist nicht so cool man na dafür legen der der anders ging gerade richtig gut rein und manchmal fand ich ja richtig gut so wenn du damit headshots gibst dann klingt das auch so cool vor allem wenn die so schnell schießen hier ist noch nicht gelootet ich bin ja egal und direkt hinter uns in der wächter fest der was anders so wie das aus ist auch umgelootet Oh, wow. Wollen wir Looten und anmachen oder weiter? Nicht vergessen, da könnte von rechts aus noch was kommen. Ja, relativ wahrscheinlich. Looten und weiter oder anmachen? Anmachen. Looten und weiter, hab ich fast gesagt. Also ich hab auf jeden Fall nicht genug, vielleicht glaub ich. Okay, ich mach jetzt an. Wir müssen unspillen was, ja? Ja, dann kann ich schon mal umpillen, ist gut. Ja. Nur Müll. Ich hab auch nicht über nichts rausgekommen. Ich muss ja erstmal fahren, wenn ich überhaupt was hab zum anmachen. Ja, ja, Tito. Mach mal einen Skill an, dann. Ah! Wand, Wand, ich will die Wand! Zehn Schatzmann, fuck off. ein grauen helm aus einer truhe rausbekommen ja wir sehen schon wieder wenig gegner für die zone ja hier ich habe lieber ein schild dann noch dann können wir dahin teilen auch wenn das steht nur kurz steht wenn ich jetzt keine rolle hätte ich die bombe behalten aber so der muss auch noch geheilt werden was hast du eigentlich für verzauberung auf deiner waffe ich habe spotting ich habe mir als sniper kriege ich das immer als märk krieg fast immer feuer der engie waffe weiß ich auch nicht ich habe vier vier übrigens also wenn jemand das geben werden jetzt pilz nicht mehr die schmiede bei mir an muss wo wollt ihr hin ich bin jetzt wieder bei euch Ah, ich seh welche vor mir reiten. Auf Nordwesten, 330 Grad. Ich renne rechts von denen, die reiten da links. Sind die unten oder oben? Ah ok, alles klar. Wir gehen locker in den Schmiede. Hier ist Veit, Krieg, da sind zwei Teams drin, hinter dem Haus bitte. Und über uns noch, oder? Ja, über euch, das ist wie ich meinte. Eigentlich, oder die sind runtergegangen. Die sind runtergesprungen, zum Feinden. Ich hab den Warrior dabei. Digga, die Arme, das macht kein Damage, Alter. Die Distanz, das ist wahnsinnig. Ja, aber ich hab Gehilter. Nein, Alter, das ist ein Super Damage. Ich hab Gehilter, das ist immer noch gescheißen. Ich hab den Rot gesprungen. Der Warrior hat hit. Ja, von mir auch. Warrior kann schicken. Oh, ich bin auch schon leid. Warrior fliegt. Warrior down, da hinter dem... Hier unten in der Ecke ist noch ein Assassin, Alter. Warrior? Äh... Lassen schicken. Nice. Einer down, einschicken. On me, on me. Hab ihn. Chicken. Nice. Ich bräuchte einschicken. Oh, ich krieg mir mal die Slug hier. Oh, da geht weiterfeilt bei der Schmiede. Wart noch, wart noch. Hier sind Handschuhe noch, wenn ihr mal braucht. Ja, ich schieb mich jetzt noch. Hast du die Energy-Waffe mitgenommen oder wisst ihr nicht? Jaja, ich hab gewechselt. Auf die... Wo auch immer die Hände sind. Ich mach mal die Axt weggemacht. Boah, Frost-Sniper. Liegt's an mich. Ich hab jetzt ne Frost-Waffe. Ich muss einmal kurz reacken, dann bin ich unterwegs. Ich bin ne Sniper. Hier liegt ne Sniper rum, ja. Waren hier noch Hände? Wo? Mage-Stab. Ach so, brauchen wir auch nicht. Wo denn? Auf 195. Sollte die den haben. Okay, bin ready. Wo wir den Asser getötet haben. Ich nicht. Headshot. Schön. Da sind mehrere. Der hochgesprungen ist. Jaja. Ich... Lol, die ist weg. Ich weiß nicht über den Peler. An der... 1.100. Habe einen gehittet, nochmal 7.100. Headshot. Der hat er gemachtes. Explosion fliegt. Rechts oben ist noch einer. Ja, der ist runtergesprungen. Einer schicken. Einer schicken. Das Engineer in der Ecke. Zwei in der Ecke. Einer schicken schon. Noch einer in der Ecke. Noch einer in der Ecke. Peter. Genau in der Ecke da unten. Alle hinten raus. Hunter. Noch Amor. Hinter mir. Jo. Ultra lebt. Der Erdner noch. Hunter. An der Wand. Prozessin wieder am Leben. Chicken. Der gibt mir natürlich. Der Erdner lebt noch. Chicken. Ich treffe ihn halt nicht. Der Ganzen. Ja, bei mir. Komm runter, komm runter. Wir können nicht hoch. Er ist Schmiede. Komm hoch. Schmiede drin, Schmiede drin unten. Wir legen immer noch ein Schmiede drin. Wir legen immer noch ein Schmiede drin. Wir legen immer noch ein Schmiede drin. Ich bin nicht. Down. Wait. Das ist noch ein Held, falls einer braucht. Boah, diese Angie-Waffe ist irgendwie komisch. Wir hatten alle Dings. So, ich bin so ziemlich voll, was Rüstung angeht. Oben auf dem Dach war noch was. Keine Ahnung. Oh, wow. Machen wir mal selber nochmal ne neue. Machen wir mal selber nochmal ne neue. Tränke, Alter. Macht alle mal Tränke an, wenn ihr könnt. Hab ich schon. Hier oben ist noch ne Revolver und ne grüne Bombe. Auf dem Dach. Wenn ihr wollt. Grüne. Achso. Grünes Lack hier unten auch. Und legendärer Revolver, will den jemand? Sonst mach ich den weg. Ne. Ich suche noch nen Chicken Turf hier irgendwo. Äh, ist gerade so ein bisschen. Ja, sonst hätt ich nochmal... Wir sind auch gegen ihre Füße und Hände, falls jemand... Ne, ich würde nur ne Brust sein. Ah, ne Brust. Ja. Hier über mir. Außerhalb. Ja, ja. Ich mach nochmal Heiltrank an, falls einer braucht. Ich hab sonst alles Charts in ihr plus. Ich hab nochmal ein bisschen was weggeshartet. So fast. Geh'n euch noch Charts, wenn ihr welche braucht. Ich nehm die, ich nehm die grüne. Da ist noch ne Burst, ne Lilander jetzt. Ich hab mir ne grüne Slug lieber geholt. Ich hab die Burst selber. Ich darf nur noch meinen Bogen noch. Oh, nice. Was hab ich mit dem Bogen bekommen? Blitz. Hier ist noch ein grüner Burst auf dem Boden. Hier hinten liegen ne pinke Burst. Ach, ich hab noch gar keine Tränke. Wow. Ich bin so n Lappen. Ja, hätt ich die hier vor mir. Wer beschossen. North East, North East. Oh, warte. Ja, wart noch dann. Maschine-Fights. Ich bin schon auf Eggwurst. Ich seh'n's. Die letzten zwei Teams, die letzten zwei Teams. Ah, was nützt denn? Ich bin dabei. Ein Kriegel, ein Engineer. Und... Oben auf Werk, vor dir Marcel auf 60 Kals. Die haben mich gesehen. Ja, ist egal. Marcel kann snipen mit einem Marcel. Naja, ich versuch links zu flankieren. Hey, Mann, ich bin erstmal wieder raus. Ich hab nicht gittet. Hier ist schon einer da. Gehen wir ran? Ich hab einen, ich hab einen Chicken. Wir gehen ran, wir gehen ran. Oben am Berg, Sidi. Ja, ja. Ich hab einen Lauf, grad zwei. Einer hit. Smart. Einer fliegt zu euch. Direkt auf Chicken, Marcel zu. Mage down. Peter ist Chicken. Wasserpeter. Lass mir aufhören. Ich hab ihn. Noch ne Mage down. Geh, geh. Ja, nein. Geh, geh. Bisschen Clusterfuck am Ende wieder. Ja. Sieben LMs. Da...